Fehlerfrei Programmieren ist zwar wünschenswert, aber leider nicht immer die Norm. Was passiert also, wenn wir bei Processing einen Fehler machen? Schauen wir mal nochmal anhand unseres Beispiels, was passiert, wenn wir hier bei Text Size das T einfach weglöschen. In diesem Fall macht uns Processing sofort darauf aufmerksam, indem die bestroffene Strelle rot unterstrichen wird. Das ist so ähnlich wie bei automatisierten Markierungen von Rechtschreibfehlern, zum Beispiel in Textverarbeitungsprogrammen. Wenn man auf die betroffene Stelle klickt, dann wird auch gleich angezeigt unten, wobei es sich bei dem Fehler handelt. In diesem Fall beschwert sich hier das Programm, dass die Funktion Text Size in dieser Form nicht existiert. Wenn wir jetzt da das T wieder hinzufügen, dann ist dieser Fehler behoben. Ein weiterer, auch sehr oft vorkommender Fehler, ist einfach vergessene Strichpunkte am Ende des Satzes. Das ist aber schlecht, weil dann das Programm nicht weiß, wo der Befehl genau zu Ende ist. Deshalb werden wir auch den wieder hinzufügen. Hier unten sieht man auch gleich die Fehlermeldung, es fehlt den Strichpunkt. Auch noch wichtig und auch ein häufiger Fehler ist die großen Kleinschreibung innerhalb von einem Befehl. Auch hier kommt es, wenn ich zum Beispiel bei dem Befehl Text hier, das T groß mache, zu einer Fehlermeldung. Wenn ich darauf klicke, wird auch gleich angezeigt, dass auch dieser Befehl Text mit großem T nicht bekannt ist. Ein weiterer häufiger Fehler entsteht, wenn man irgendwo die runde Klammer vergisst. Wenn wir jetzt beispielsweise hier bei Text Size diese löschen, dann weiß Processing nicht mehr, wo bei dieser Anweisung die Parameter und wo die Argumente enden. In diesem Fall macht uns Processing hier auch darauf aufmerksam. Nicht immer hat Processing recht und zeigt uns auch verwirrende Fehlermeldungen an. Beispielsweise, wenn wir hier bei Void Draw die zwei runden Klammern löschen. Nun behauptet Processing, dass hier irgendwo ein Strichpunkt fehlt. Dabei irrt sich aber das Programm und wir sehen hier auch die Grenzen von Computern und dass sie nicht immer fehlerfrei laufen. In diesem Fall bleibt es uns Menschen nicht erspart aus dem Zusammenhang den Fehler zu erkennen und eben darauf zu kommen, dass hier die zwei runden Klammern wieder fehlen. Wie wir nun gesehen haben, werden Syntex-Fehler mittels rot unterstrichener Linie markiert. Und von den meisten Programmen werden auch die Fehler eigentlich recht richtig interpretiert und auch die Fehler-Hilfe-Tipps werden meistens richtig ausgegeben. Semantikfehler jedoch werden in unserem Hello World Beispiel von Processing gar nicht erkannt. Schließlich führt Processing ja nur unsere Befehle aus. Starten wir noch einmal ganz kurz das Programm und schauen uns die Ausgabe an. Hier steht nun Hello World. Was semantisch jetzt nicht zu sehen ist oder nicht zu erkennen ist für das Programm ist, dass uns zum Beispiel die quadratische Form des Fensters, des Sketch-Fensters nicht gefällt. Wir können deshalb einfach zum Beispiel hier statt 500 mal 500 300 mal 500 eingeben und das Ganze zeichnen lassen. Nun ist das Fenster ein bisschen kleiner, allerdings sieht man, hier haben wir auch ein Problem. Das D von World ist abgeschnitten. Wir ändern also unser Fenster auf 400 mal 500 und haben jetzt den Text nahezu zentriert. Schaut eigentlich ganz okay aus. Wenn wir jetzt die Text-Size, also die Größe des Textes auch noch verändern wollen, können wir das hier machen, beispielsweise mit 55 und schon haben wir den Text ein bisschen vergrößert. Bisher haben wir uns hauptsächlich mit den Größen von Texten und des Sketch-Fensters auseinandergesetzt. Ein weiterer Punkt ist jetzt noch die Positionierung von Text oder anderen Dingen innerhalb des Sketch-Fensters. Wenn Sie das Koordinatensystem verwenden, das Sie vielleicht aus der Mathematik kennen, könnte das zu Probleme führen. Das liegt daran, dass der Ursprung unseres Koordinatensystems sich in der Programmierung und in diesem Fall in der oberen linken Ecke befindet. Im Grunde ist also das Koordinatensystem an der x-Achse gespiegelt. Das ist allerdings keinesfalls unüblich in der grafischen Programmierung und ist in manch anderen Programmiersprachen wie zum Beispiel in Java auch zu finden. Ändert man nun Koordinaten, so kann man auch sofort erkennen, welche Auswirkungen das auf die Szene selbst hat. Wenn wir jetzt unser Beispiel uns noch mal anschauen, wollen wir jetzt den Text Hello World ein bisschen verschieben. Geben wir statt 50 50 beispielsweise hier mal 70 50 ein, dann sehen wir sofort, dass der Text Hello World sich ein bisschen nach rechts verschoben hat. Wenn wir jetzt auch noch wollen, dass er sich von oben hinunter verschiebt, können wir hier zum Beispiel 70 90 einstellen und schon wandert der Text anhand der Koordinate ein bisschen weiter nach unten. Sie haben nun die Grundlagen von Processing kennengelernt und schon ihr erstes Programm geschrieben. Nun wird es Zeit, sich komplexeren Themen zu widmen. Wir sehen uns im nächsten Kapitel.